Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Agme Voucher mit unserem Alterle. Schön, dass ihr wieder reinschaut meine Lieben. Heute gibt es zwei ganz besondere Timer, die mir wichtig sind. Wir werden jetzt gemeinsam zum einen das Ei ausbringen von unseren zwei Herrschaften hier. Und dann achten wir ganz akribisch darauf, dass wir dabei sind, wenn unser drittes Magmasaurier-Baby schlüpft. Denn das ist das erste, das wir praktisch selber gebrütet haben dann. So, das Ei machen wir hier raus, ohne es zu essen. Gucken, wie ist der Timer. Ich schreibe mir das jetzt auch auf. Wir haben jetzt Zeit 33 Minuten. 33 Minuten, schreibe ich mir jetzt mal hier drauf. Und der zweite Timer ist unten bei den Haifischen. Seid ihr da? Mir ist aufgefallen, wir haben einen ganz besonderen Haifisch. Ich bin ja die ganze Zeit unterwegs, die Armee zu leveln bei der Mission. Ihr erinnert euch, die machen wir heute übrigens noch in der Beta-Version. Damit wir mal sehen, was da der Unterschied ist. Und mal gucken, was wir für Belohnungen kriegen und wie viele Level-Ups. Ganz, ganz wichtig ist aber, ich habe gestern die Tiere gelevelt. Und da ist mir ein Haifisch aufgefallen, der super zu spielen war. Ich habe erst gar nicht kapiert, wieso das so ist. Ich zeige es euch mal. Ich habe dann die Werte mal gecheckt von denen. Übrigens, die letzte Haifischgeburt von diesem Pärchen, die ist hier zu sehen. Da haben wir Drillinge gekriegt. Also wir haben jetzt genug Tiere für die Armee auf jeden Fall. Hier sitzen sie alle drei, Level 83. Da ist jetzt der Prägetimer bei 24 Minuten. Fisch haben sie. Und dieser Haifisch hier heißt aktuell Bruno Böse. Ich habe den Bruno Böse genannt, weil der bei den Missionen so abgegangen ist. Aber er ist allerdings ein Weibchen. Muss ich mir doch mal was überlegen. Auf jeden Fall, passt mal auf, ich zeige es euch mal ganz kurz. Der hat sich super gespielt. Ich wusste gar nicht, was los ist. Und ihr seht auch, der ist schon schwanger. Ich habe den schon mal so weit gemacht, dass wir da Babys kriegen. Vielleicht vererben sich die Werte. Und zwar, da habe ich es mir aufgeschrieben. Da habe ich es mir aufgeschrieben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wie kann ich das jetzt? Wie kann ich das jetzt? Ja, hier steht es ja. Gesundheit 2700 in den Grundwerten. Aber der eigentlich wichtige Faktor ist Bewegungsgeschwindigkeit. Dieses Tier hatte eine Bewegungsgeschwindigkeit, Basiswert 120%. Deswegen lief der auch so cremig. Jetzt hoffe ich natürlich, dass sich der Wert hier weiter vererbt. Hatte 380% Angriffskraft schon als Basiswert. Genauso wie dieses Elterntier hier. 380%. Und die beiden habe ich jetzt auch mal zusammengebracht. Männchen, Weibchen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was für ein Tier rauskommt. Wenn wir Glück haben, vererbt sich das 120% Bewegungsgeschwindigkeit. Ist ein Traum. Aktueller Stand der Armee. Zwei Haifische sind durch den Levelzyklus durch. Und drei Haifische. Entschuldigung. Den habe ich ja auch schon durchgejagt. Der macht nur eine kleine Pause. Mit dem werden wir aber später auf jeden Fall die Beta machen. Der ist absolut krass. Also drei Haifische sind durch. Vier Haifische sind durch. Die nächsten drei Haifische stehen hier schon am Start zu mitmachen. Und zwei Haifische sind noch auf dem Weg. Und diese ganzen Timer müssen wir jetzt abwarten. Inklusive des Eye-Timers von Magma Sauria. Und in der Zeit gehen wir das Gewächshausdach mit musikalischer Unterlegung bauen. Und das fehlt nämlich noch. Haben wir schon länger auf der Liste. Ich gucke jetzt gerade noch mal kurz hier. Du bist in 22 Minuten soweit. Weil die Timer ja während des Speedups jetzt dann gleich laufen. Dass ich die nicht verpasse. Du bist bei einer Minute 40. Dich machen wir noch gleich. Brauchst dich ja gar nicht hier schlängeln. Brauchst dich ja gar nicht schlängeln. Und du hast noch ein bisschen Zeit, bis wieder soweit ist. Alles klar. Also Leute. Die zwei Mosas kommen noch dazu. Die zwei Mosas kommen noch dazu. Zu den vier sind sechs. Zwei Haifische sind acht. Der da unten ist neun. Kann aber sein, dass ich das Tier, dieser Bruno Böse, dass ich den daheim lasse. Das ist ja dieser Weible mit super Werten. Und wir nehmen zwei von denen, die nachrutschen. Die level ich dann noch auf mit der Zeit. Also jetzt machen wir den Prägetimer. Dann gibt es die musikalische Unterlegung von unserem Gewächshausdach. Da erkläre ich aber gleich noch zwei, drei Worte dazu, wie ich es jetzt bauen werde. Und dann sind die Timer soweit. Dann erleben wir heute noch unser Magma Baby, wenn es schlüpft. Und wir erleben den Schlupf dieses Haifisches. Wir hoffen auf besondere Werte. Und dann gehen wir die Beta-Version machen. Mit Frau Bruno Böse. Jetzt weiß ich ja, wo das Ding herkommt. Ursula, ne? Ich bin das, der hier die Weiber mit Kerlnamen versieht. 44 Sekunden. Die Zeit nehmen wir uns und werfen doch mal einen Blick hier rein. Ja, übrigens, da ist irgendwie irgendwann mal ein Walfisch dazugekommen. Der hat sich hier verkeilt. Dann musste ich ihn rausziehen. Absoluter Brecher. Und geil ist ja, wenn die Vögel hier so durchfliegen, ne? Hat was von dem Kolosseum irgendwie. Sehr, sehr, sehr pompös. Mittlerweile brauche ich tatsächlich Essen und Trinken, wenn ich vom Floß hinten zum Magmasaurier hochlaufe. Das ist so weit. Der Weg ist so weit, Leute. Wahnsinnsgeschichte. Und überall fahren Thielen hier rum. Das ist absolut göttlich. Ey, ich mache mit dem Haifisch die Mission und denke, Alter, der läuft cremig. Das beste Tier bisher. Hat er tatsächlich so einen Boost an Bewegungsgeschwindigkeit. Hat mich tierisch gefreut drüber. Und hoffe jetzt auf eine Vererbung der Werte. 4, 3, 2, unser 6-6. Und? Kuscheln? Ist wahr? Ja, da freue ich mich. Kann sein, dass ich den hier lasse. Ist ein Weibchen. Ist eins unserer höchsten und stärksten Weibchen. Dass ich die hier lasse und eher sie mitnehme. Und da mal so eine irgendwie eine Umhitschgeschichte oder so. Ey, wir gucken mal. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zusammen hoch. Hier habe ich einen Futterdruck schon mal aufgebaut. Ich habe ja keine S-Plus-Futterdrücke momentan. Da ist die Reichweite so gering, dass wirklich alle Tiere Futter haben. Hier. Und da wir bei den Missionen unendlich viel Fisch bekommen, dürfte hier auch genug drin sein. Habt ihr gesehen? Wir bekommen so viel Fisch bei den Missionen. Übrigens, Hexagon-Punkte sind wir jetzt bei 57.000 gerade. So, meine Lehrern. Dann geht es für uns kurz nach oben. Dieser Aufbau hier unten wird auch nach oben gespiegelt. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich Gewächshauselemente nehme. Aber dann verliert sich der Effekt von diesem mittleren Gebäudeanteil zu stark. Ich verzichte auf den Gewächshausbonus zugunsten des Designs. So, und hier bauen wir dann jetzt dieses Dach drauf. Dieses Dreieck, diese Pyramidenform. Und ich will aber noch ein bisschen Luftdurchlässig lassen. Deswegen werden wir hier Gitter anbringen weiter. Ja, hier baue ich nochmal zwei, vier Mauerstücke auf an jedem Eck. So, dass wir praktisch von der Höhe ab dann losziehen. Das ist ja auch geil da hinten. Das ist ja auch irgendwie stark da oben, oder? Genau, also so machen wir das. Und dann kommt die Schräge, wird praktisch ab hier dann dran gebaut. Die habe ich jetzt nach oben gelassen. Die sind noch nicht ganz durchgelaufen. Also, wir haben zwei Timer, 33 Minuten. Und den vom Haifisch, die sind immer am wichtigsten. Zwischendrin mache ich natürlich die Prägetimer trotzdem. Jetzt auch immer fertig, wenn ich dabei bin. Und für euch gibt es jetzt allerdings in diesem Wartezyklus ein Speedup vom Haus. Wir gehen nochmal ganz kurz runter, dass ich da wirklich nachher keinen Mist baue. Der ist mal sehr, sehr wichtig hier. Ja, 31 Minuten und das Ei. Und dann gehen wir das Gewächshaus jetzt machen. Da mache ich euch ein schönes Lid rein. Das will ich nur ganz kurz hier durchlinsen. Ihr habt ja dieselben Werte dann immer, oder? Prägung 0. 100% Bewegungsgeschwindigkeit 329. 329. Hast du dann auch 329? Jupp, alles klar. Also, dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich zum Schlupf des Magma-Babys. Und dann gehen wir runter zu den Haifischen. Freue mich drauf. Aber jetzt gibt es erstmal ein Speedup vom Aufbau des Dachs am Gewächshaus. Eine der Tasks, die schon länger offen sind bei uns. Freue mich drauf. Bis gleich. Ja, ich bin ein Speedup vom Aufbau des Dachs. Das war's. 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 Bestellt ist natürlich ein Tier, zwei Tiere, drei Tiere. Ein Baby hat er gekriegt. Das reicht aber auch. Stopp. Alter, guck, der ist kritisch. Stepp. Annehmen. So, erstmal verhalten. Wandern deaktivieren. U drücken. Steigt er nach oben? Level 99. Ist das jetzt echt Level 99 geworden? Guck mal, wie es gleich bei seinen Brüdern abhängt hier. Ist ja doch Brüder. Ne, das sind doch, das sind Männchen. Und du? Ein Weibler haben wir gekriegt, Leute. Ein Weibler, das Fisch will. Ich muss mal Fisch holen. 100% Bewegungsgeschwindigkeit. Ne, ne, das vererbt sich nicht weiter. Ich brauche Fisch. Aber wir haben ja hier normalerweise Fisch ohne Ende. Rohrer Fisch. Hier, ne. Ich habe nämlich die ganzen Mosas noch nicht ausgeräumt. Das hat nicht geklappt. Nochmal. Ne, ich will mal den falschen. Ich will es halt nicht sterben lassen. Rohrer Fisch. Hier, die ganzen Mosas. Bruno Böse. Bruno Böse ist ja die Mama. Die kann was abgeben. Pull dann. Du bist überladen. Ich kann doch schwimmen. So. 50 Stück für dich. Wie sind denn deine Werte? Angriffskraft? 329. 1600 Leben. Hast du wohl was anderes mit auf den Weg gekriegt, ne? Aber ist ja nicht so schlimm. So, meine Lieben. Ach, jetzt gehen wir das Ei oben anbringen, würde ich sagen. Ich komme jetzt gleich nochmal runter. Füttern. Und dann passt das schon. Also. Was war da gestanden? Was war da gestanden? Ich bin zu schwer oder irgendwas, ne? Das heißt, ich kann wahrscheinlich gar nicht schwimmen im Moment richtig. Ne, pass mal auf. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es anders. Dann gebe ich nochmal dem Fisch jetzt schon Fisch. Ein paar Fischle hier. 75. Ist ja eigentlich witzig. Du kannst ja fast im Sekundentakt neue reinbollern, ne? Wieso habe ich denn schon wieder Tata hier? Ja, dann muss ich hier kurz die Rampe hoch. Ist aber auch kein Problem. So, meine Lieben. Das war die Geschichte. 156er Megaddon. Ist auch ein absolutes Hammerviech, ne? Zu schwer. Das meint er. Ja, aber klar, das Eierlein wiegt ja schon 50 Kilo, oder? Eijo. Das gehen wir jetzt ranbringen. Dann haben wir da drei Minuten praktisch. Nochmal einen Timer. In der Zeit könnte ich nochmal das Haifischbaby vielleicht nachfüttern. Wow. Jetzt bringen wir nachher den stärksten Hai, den ich habe, praktisch zur Beta-Mission. Das wird wahrscheinlich das Tier sein, das ich dann auch beim Bosskampf bediene. Und dann geht es folgendermaßen weiter. Wir machen jetzt heute die Folge ganz klar fertig mit dem Beta-Mission drüben nochmal ganz kurz ans Gewächshaus. Und ich werde dann die Tiere, die noch fehlen, wenn die Prägeteile mal rum sind, ich stoppe jetzt so langsam die Paarungen. Dann werde ich die Tiere alle einmal durch die Mission jagen. Vielleicht manche schwachen zweimal. Baue Sättel nach und dann könnten wir theoretisch den Boss machen. Ihr spürt, dass ihr ein Baby kriegt, gell? Mein Problem ist, dass ich gerade nicht sehr schnell sein kann. Bist du vielleicht in der Lage, mich kurz vorzureiten? Na, mir klar. Jetzt haben wir das. Ah, der könnte. Der könnte, hier der Kollege. Ja, wenn das Ei raus ist, kann ich wieder laufen. Herrliche Geschichte. Jetzt müssen wir mal drüben gucken. Ich habe seitlich noch Lücken am Gewächshaus. Das liegt aber an dieser Bauweise. Da gibt es ja keine Elemente, die ich da reinpressen kann. Was aber auch nicht schlimm ist. Viel schlimmer ist nur, dass ich... Eigentlich ist gar nichts schlimm. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen wollte. Also, oh. Ist das schön. Drei Minuten zehn. Drei Minuten zehn. Pass mal auf. Das wäre dann praktisch... Wir müssen zehn hoch. Dann gehe ich nochmal runter. Das Haifischbaby füttern. Lauf die Timer nochmal ab. Dann weiß ich da, ob es weitergeht. Und dann passt das. So. Hier will ich schon nie lang laufen. Also, dann starten wir. Oh, das wird knapp. Alter. Irgendwann zerschellt er mir. Hier blickst du es ja fast nicht mehr. Hier verlautert sie da an. Ich habe aber jetzt hier die Paarungssachen aus. So. Nummer uno. Hast du noch Fisch? Aber du bist ja auch im Drog angeschlossen. Drei Minuten. Dann geht es hier schon wieder weiter. Das deckt sich aber nicht gerade mit meinem Ei. 23 Minuten. Und da müsste ich doch jetzt... Obwohl, den kann ich weiter paaren lassen. Den könnte man eigentlich weitermachen lassen. Ist aber noch eine Stunde hin. Alles klar. So, der Ei... Der Haifisch kriegt nochmal Fisch. Dann gehen wir hoch, machen das Ei. Dann gehen wir runter. Den Prägetimer. Und dann geht es aufs Gewächshaus. Und dann machen wir die Mission. Beim Gewächshaus gucken wir nur mal ganz kurz, wie ich das jetzt anstellen will. So, Junges. Nachwuchsler. Du bist versorgt. Bis du das gefuttert hast, bin ich wieder zurück von meinem Ausflug. Alles klar. Es waren gerade... Ich bin immer, muss ich auch sagen, ein bisschen erleichtert, wenn jetzt die ganzen Haifische... Wenn jetzt die ganzen Haifische und Mosas und so alle da sind, die wir brauchen, wenn das jetzt endlich erledigt ist. Weil es ist schon eine Nümmerle, ne? Bis du da immer alles im Kopf hast. Hier, die habe ich auch nochmal gefuttert. Den sollte ich in Futterdruck hinstellen. Ihr habt aber Fisch und Zeugs, ne? Ja. Die gebe ich auch auf Leben. Nur für den Fall, dass mal was vorbeigeschnallt kommt hier, ne? Ich brauche ja gar nicht so viel Frosche. Ich bin einfach nur happy, dass ich sie habe. Das belebt halt den Singleplayer unheimlich viele Tiere, ne? Bämsle. So, wir müssen zum Ei, sonst habe ich es dann doch noch versaut, ne? Aber meiner Rechnung nach müssen wir noch eine Minute haben jetzt. Äh, so! Schon ziemlich heftig. Drei Haie, vier Stück, drei Tiere fehlen. Wir haben einen Nachwuchs, vier Haie, zwei Mosas. Wir haben jetzt schon mehr Tiere, als ich mitnehmen darf. Suchen wir natürlich die stärksten dann raus entsprechend. Und achten aber darauf, dass wir die Weibchen mit den guten Werten und alles als Zuchttiere zu Hause lassen, ne? Die gebe ich nicht raus. Die sollen nicht unbedingt beim Boss zerschellen, wenn es möglich wäre. So. So, hier sind wir auch pünktlich. Alter, wir kriegen mal was zum Kuttern, was zum Trinken. Ein Blick aufs Ei. 37 Sekunden. Schalenga, schalenga. Hier mache ich schon mal zu, spaßhalber. Hier auch, bis ich es gestoppt habe. Bald, Docks. Wie viele Geburten habt ihr schon miterlebt und wie viele Haufen liegen hier? Ich habe die Funktion ewig lang nicht wahrgenommen, dass du hier Code aufsammeln kannst mit F, ne? Gut, es waren jetzt nur zwei. Es sah aber kurz mit den kleinen Stummelfüßchen so aus, als ob die alle einen Haufen gelegt hätten. So, unser erstes Magmasaurier-Baby aus eigener Herstellung. Schön eigentlich, ne? Das war's. Hier ist es. Ich drücke drauf, mache annehmen. Was hast du für ein Level bekommen? Zwölf nur. Aber es hat die Farben von der Mama. Guck mal, das Blaue ist schön. Ähm, Verhalten. Wandern, deaktivieren. Ich drücke U, dass es mir nicht wegrennt. In 40 Minuten haben wir Zeit, dich zu prägen. Und dein Ambra. Wir sind deine Werte. 4, 6 Leben. Ja, ist okay. Schön. Unser erstes kleines Tier. Jetzt hören wir aber auf mit Magmastern. Sonst habe ich das Problem, dass ich kriege das gar nicht mehr kennengelernt irgendwann, ne? So. Reggetimer ist raus. Ich muss noch mal ganz kurz was gucken, bevor wir gehen. Die nehme ich noch mal mit. Die Mama hat Die Mama hat Blau. Der Vater hat jetzt nicht Außergewöhnliches. Die hat blaue Spitzen. Jetzt muss ich noch mal gucken. Aber wirklich nur blaue Spitzen, ne? Ich hatte gerade das Gefühl, unser Nachkömmling ist noch mehr blau gefärbt. Ne, auch nur blaue Spitzen, ne? Naja. Du bist ein Hübsches geworden. Du bist ein Hübsches geworden. Papa, guck dich noch mal richtig an. Hübsch. Sehr schön. Haben wir sowas auch mal gemacht. Sehr cool. Jetzt pass auf. Jetzt lass uns ganz kurz rüber gehen, bevor wir auf Mission abhauen. Lumli Lümmchen. Schallerschlümmchen. Ich hoffe, ich habe nachher alles am Start, was ich brauche. Ein Prägetimer war noch. Den darf ich jetzt aber auch nicht hier irgendwo. Einmal kurz in die Fischlingkopf. Welcher war es denn? Was willst du denn, Kleines? Ich hoffe, kein Kibbel. Kuscheln! Du stehst drauf. Hier super. Super Mini-Ware. Das hat hingekauen. Neuer Geheimweg ist übrigens hier am Futterdruck entlang. Dann über den Drog und dann hier hoch. So, meine Lieben. Da habe ich eine Leiter hingebaut. Habt ihr gesehen? Im Speedy. Im Speedboot. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hoch. Wir machen da jetzt nicht viel. Ich will nur noch mal was gucken. Und hier diese Kanten. Die muss ich umbauen. Die habe ich überlappen lassen. Und hier haben wir aber tatsächlich das Problem, dass es nur äußerst schwer funktioniert, hier eins reinzukriegen. Da hinten hätte ich es jetzt gehabt. Bäm. Da wollte ich es auch. Also nicht jetzt von der Seite, wo ich war. Aber offensichtlich geht es so rum besser. Na ja, da hätte ich da ja gerne noch einen hingehabt. Vielleicht geht ja das von der Seite dann besser. Wollen wir den auch so überstehen lassen? Bock hätte ich schon drauf. Ja, jetzt müsste allerdings von der anderen Seite wieder einer hin. Und hier fehlt auch noch einer. Da muss ich mal rumfriemeln. Wann ich das reinkriege. Weil da muss ich richtig stehen auf der richtigen Seite. Da müssen die richtigen abgebaut werden vorher. Und die anderen wieder hingebaut werden, bevor das geht. Bevor wir da jetzt eine Folge sprengen, mache ich das mal separat. Und dann würde das hier so zulaufen. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder wir lassen es tatsächlich in so einer Art offenen Geschichte. Und setzen hier einen hin und vielleicht da drüben einen. Das können wir, machen wir mal Bock haben. Wenn er mich hier, wenn er mir hier das erlauben würde. Schon alleine die Tatsache. Ja, nur nach außen hätte er klappen müssen. Ne, also das funktioniert schon mal nicht. Wie gesagt, bei den Kanten mache ich mir Gedanken. Aber ich hätte jetzt aber auch kein Problem persönlich, das offen zu lassen. Da kommt halt Luft rein. Und ich mache mir da hinten irgendwas anderes hin. Oder viereckige Türme oder was. Weiß nicht. Den unteren, den würde ich uns aber hier schon noch gönnen. Damit es hier zuläuft. Und da müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Wie gesagt, Möglichkeiten gibt es. Man kann es so. Und man müsste dann halt von der Seite den anderen noch hinbringen. Kann man auch machen. Dann hätte es eben diese Zacken. Was ich persönlich vom Design her ja nicht schlecht finde. So, ansonsten wird es jetzt dann nachher natürlich hier oben irgendwann zuwachsen. Wir können ja mal an einer Ecke kurz probieren. Ich muss halt wieder Elemente aufbauen. Und dann machen wir von der Seite noch kurz. Ich will nur wissen, ob es spitz zuläuft. Ja. Es läuft schon spitz zu. Zwar nicht so super spitz, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier kriege ich wieder keinen rein, ne? Da muss ich dann jetzt wieder separat gucken. Das funktioniert. Die zwei laufen ineinander. Und hier müsste jetzt noch eins rein. Dann wäre das super. Das geht auch, ne? Wie gesagt, ich habe es ja schon ein paar Mal probiert. Es ist nur ein Rumgefriemel. War es das? Ne. Der müsste an den jetzt netten, was er momentan nicht tut. Weil das wäre schon geil. Aber das sehen wir ja dann mit der Zeit. Jetzt machen wir mal hier noch einen drauf. Und da noch einen. Und der hier läuft schon wieder aus dem Ruder, ne? Der darf eigentlich hier gar nicht mehr so sein. Müssen wir uns angucken. Das wird nochmal separat irgendwann gemacht. So. Machen wir mal ganz kurz hier die Kante zu. Du musst halt im richtigen Moment an der richtigen Stelle stehen, dass er das hier alles mitmacht. Wenn man das will. Soweit ist okay. Den brauche ich schon gar nicht mehr, glaube ich, hier. Und hier muss man noch kurz zuweilen. Der war wahrscheinlich okay, weil er von der anderen Seite benötigt werden würde. Das Witzige ist, du kannst das nachher trotzdem schön abbauen, was denn was überflüssig ist, ne? Wie der eine jetzt zum Beispiel hier. Und jetzt müssten wir theoretisch die wegnehmen. Die können nämlich zu der Bauweise gar nicht mehr dazu. Genauso der nicht. Und der, auf dem ich jetzt draufstehe, den müssen wir auch erstmal wieder wegnehmen. Weil dann kommen wir nämlich von hier. Der müsste ran, ne? Und den kriege ich jetzt erstmal noch. Vielleicht von da, aber das weiß ich schon. Wie gesagt, das mache ich dann mal in einer Einzelaktion. Aber es sieht wohl so aus, als ob wir es hinkriegen würden, dass das dann spitz zuläuft. So, das lassen wir jetzt erstmal so. Haben wir die Timer alle, dann gehen wir jetzt noch die Mission erledigen. Das sieht jetzt erstmal kreuz und krumm aus, weil es tatsächlich halt nicht fertig ist. Scheiße, ich bin runtergeflogen. Ey, ist das ein Gewackel da oben dann, das zu bauen? Aber dann hätten wir zumindest dieses Pyramiden-Dings umgesetzt, wie wir es wollten. Ja, das wird schon. Ich bin jetzt auch schon zu hoch, habe ich gesehen. Ich müsste das jetzt zeitgleich von den anderen Seiten erstmal hochziehen. Muss ich mal gucken, wenn ich Zeit finde, mache ich es fertig, ne? Und dann lassen wir die Seiten einfach offen. Das ist die einfachste Bauweise. Jetzt muss ich mal ganz kurz was schauen. Wir haben irgendwo, ich habe glaube ich oben in den einen Tisch alles reingeräumt, was wir brauchen. Das müsste der hier gewesen sein. Ja, das brauche ich geschwimt für die Mission. Ich mache die ja immer in der Una-Buchs. Aber mit Luft, das ist mir immer persönlich wichtig. So, du reparieren. Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich am Missionsstützpunkt. Ich nehme Frau Brune Böse mit und dann probieren wir mal unser Glück auf Beta. Bis gleich. Sind wir mal gespannt, wie Beta läuft. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch auf die Level, die ich für mein Haifischle kriegen werde. Wir ziehen unseren Atemanzug an und ab geht's. Beta-Version einmal für uns bitte. 14 Minuten haben wir Zeit dafür. Ich glaube, das ist schon weniger als gestern, ne? Jetzt müssen wir nur warten, bis das Delfinle kommt. Wie viel Leben hat er? Leben hat er noch genauso viel. Also könnte die Gegnerstärke noch variieren, ne? Der Haifisch ist der Wahnsinn, Leute. Guck mal, wie der abgeht. Ich habe dem nur ein bisschen auf Bewegungsgeschwindigkeit geskillt noch, weil ich gucken wollte, ne? Ist der Hammer. Ist der Hammer. Vielleicht nimmt er aber auch einen anderen Weg. Vor uns gibt's noch mehr Gefahr. Ich bin gespannt. Also der erste Spot war schon mal genauso einfach wie der erste Spot auf Gamma. Seid ihr da? Ja. Oh, jetzt geht's los. Er wird angegriffen. Das sieht so aus, als wären es mehr Tiere, ne? Rein, rein, rein. Schön verteidigen. Ja, das sind schon mehr Tiere jetzt bei der ersten Welle hier. Unser Viech wird angegriffen. Ihr müsst es schützen. Oh. Ich glaube, die machen mehr Damage, wenn ich so sehe, wie mein Viech noch runterzischen. Ach du je. Guck mal, wie viel Schaden die machen an meinem Delphine, ne? Okay. Alles klar. Wissen wir schon mal den Unterschied. Ich brauche ein Tier, das viel mehr Attacke hier macht. Ey, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht mit dem Viech, ne? Guck mal, er ist gleich tot. Okay, da wissen wir auf jeden Fall den Unterschied, ne? Ich sehe auch, dass mein Haifisch leidet. Oh, der packt mal den. Guck mal, der ist schon tot beim ersten Ding. Ja, da brauche ich ein anderes Tier. Okay, meine Lieben. Oh, es hat es nicht geschafft. Nicht so der erfolgreiche Abschluss. Nicht so der erfolgreiche Abschluss. Junge, Junge. Wow. Haben die das kurz wegrotzt? Ey, da braucht man einen Viech, wo unwahrscheinlich packst du das gar nicht. Dann nehmen wir mal drei, vier Haifische irgendwann und probieren es. Zum Level taugt es jedenfalls nichts. Meine Lieben, dann gehe ich jetzt zurück zur Base. Guck dann nach dem Rechten, dass die Timer von unseren Haifischen einigermaßen durchgehen. Und dann sehen wir uns morgen hier wieder. Ich nehme an, mit einer bereiten Armee, um den ersten Boss-Try zu machen, den ersten. Ach Gott, haben die jetzt kurz Gas gegeben, oder? Wahnsinn. Übrigens, ich gehe hier unheimlich gerne... Ach, guck mal, ich mache vielleicht das Dach noch kurz fertig, ne? Muss ich mal gucken, was ich noch an Mats habe. Ja, aber das sieht doch schön aus. Das wird gut. Und wie ist das denn eigentlich von innen? Siehst du, das habe ich vorhin gar nicht angeschaut. Boah, haben die jetzt kurz Gas gegeben, oder? Da müssen wir auf jeden Fall mit einem Tier hin, das richtig, richtig Fettattacke macht. Die machen mehr Schaden, oder beziehungsweise die waren einfach mehr, ne? Da wissen wir auf, Schalt. Da wissen wir auf, Schalt. Das packst du mit dem einen Haifischler nicht. Okay, jetzt will ich mir aber mal ganz kurz angucken, wie sieht es denn aus, wenn ich innen drin bin. Ist okay. Ich habe erst überlegt, ob ich es mit dreieckigen Glasshouse-Elementen mache. Wegen dem Bonus hier, aber sind wir ehrlich, dann passt es vom Design außen nicht. Hier, das wird das Problem. Warte, zieh mal den Taucheranzug schon wieder aus. Hier die Ecken, da kümmere ich mich drum. Entweder mache ich die weg und lasse dann hier so eine Lücke. Das hier hat mir eigentlich ganz gut gefallen vom Aufbau. Ich würde es wahrscheinlich so machen. Bis hoch. Und dann haben wir hier unsere Pyramide. Die werden wahrscheinlich verbrutzeln, aber wir müssen ein Klima einbauen. Dann haben sie es können. So, meine Lieben. Dann gehen wir morgen los, oder? Wenn alles hinhaut. Probieren wir mal unseren ersten Boss. Tiere haben wir jetzt genug. Gelevelt sind sie. Geprägt wurden sie. Wir haben sehr, sehr viel Zeit investiert tatsächlich. Du wirkst so, als ob du eine andere Farbe hättest, wie ich das kenne. Stückle. Die haben auch schon 3000 Leben. So, komm her, du gehst vor mal zu deinen Kollegen. Dann könnt ihr euch schon mal so drauf einstimmen. Ja, guck mal, jetzt haben wir Tiere genug. Alles klar. Meine Lieben, ich freue mich auf die Runde morgen. Wie gesagt, wenn alles klappt, würde ich den Boss gerne machen. Den ersten Versuch. Falls was dazwischen kommt, machen wir es übermorgen. Ich lege mich mal nicht so extrem fest. Bis dann.